Was ist Archicrypt Live? Wie eine ganz normale Festplatte ansprechen lässt. Texte, Bilder, Videos, Musiken und Anwendungen werden einfach auf dieses virtuelle Laufwerk kopiert bzw. darauf installiert. Woher kommen diese Archicrypt Live Laufwerke? Archicrypt Live 7 kann bis zu 8 dieser virtuellen Laufwerke gleichzeitig kontrollieren, wobei jedes Laufwerk bis zu sagenhaften 2 TB groß sein darf und einen eigenen Laufwerksbuchstaben bekommt. Den Speicherplatz für das Laufwerk borgt sich Archicrypt Live von der normalen Festplatte aus. Hier wird einfach ein Bereich für das virtuelle Laufwerk reserviert. Durch eine spezielle Technik, im Programm Ultraschnelles Erstellen genannt, kann Archicrypt Live selbst gigantisch große Laufwerke von mehreren 100 GB in wenigen Sekunden erstellen. Wachsende Laufwerke, eine weitere Besonderheit, belegen zunächst nur sehr wenig Platz und wachsen dann bei Bedarf bis zu ihrem Limit an. Archicrypt Live Laufwerke können auch auf einem USB-Stick angelegt werden, der sich in der Folge dann mal an diesen und mal an jenen Windows-Rechner anschließen lässt. Sogar Archicrypt Live Laufwerke auf CD oder DVD sind möglich. Dabei fällt ein Verlust der Datenträger zum Glück nicht mehr gleich in die Kategorie Katastrophe. Wer das passende Kennwort nicht besitzt, ist auch nicht in der Lage, auf die enthaltenen sensiblen Dateien zuzugreifen. Jetzt kommt die Kategorie Katastrophe.